Guten Tag! Sie wissen schon alles über Russland? Oder gibt es da etwas, was Sie noch nicht so richtig verstanden haben? Dann sind Sie hier richtig. Ich greife Themen auf, die von den deutschen Medien nicht behandelt oder nur gestreift werden. Wie denken die einfachen Russen? Sind die Russen völlig nationalistisch, wie viele deutsche Zeitungen schreiben? Woraus speist sich eigentlich russischer Patriotismus? Was ist mit den russischen Liberalen? Warum haben die politisch wenig Einfluss? Oder haben sie mehr Einfluss, als man denkt? Was ist mit den Linken? Gibt es die in Russland überhaupt? Wie ist die Lage in der Ukraine, in Donetsk und Lugansk, den sogenannten Volksrepubliken? Wie ist die Lage auf der Krim? Stimmt es, dass ukrainische Oppositionelle Angst haben müssen, wenn sie sich politisch betätigen? Sie sagen, eigentlich bin ich über Russland und die Ukraine ganz gut informiert. Na gut, dann gucken Sie sich doch mal ein, zwei Videos von mir an und vergleichen sie. Und prüfen Sie auch die Themen, über die ich berichte, wurden die in den deutschen Medien überhaupt ausführlich behandelt oder gar nicht behandelt? Vielleicht interessiert es Sie. Ich lebe und arbeite als Korrespondent in Moskau seit 1992 ohne Unterbrechung. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Kanal allmählich schätzen lernen. Und Anregung, mir schreiben, Kritik oder auch Lob. Und ich verbleibe mit einem russischen Dostvedanien.